hallo hier ist euer roberbox 28 wieder zurück zu dead island und ja geht hier weiter unsere freunde hier in der lobby sind wieder party machen so wie dieser typ so wo ist denn der typ da kommt man nicht raus da brauchst du nicht statt die rutsche runter zu rutschen läuft die treppe und die rutsche und das ist die letzte folge von dead island wenn ihr wünsche habt für ein let's play oder video so wie in dieser art dann einfach in die kommentare hauen damit und ja guten tag darf ich etwas bestellen mein schatz er gehört nur mir ja oh ohne dass die genügend Strom haben das Kind Ich hab doch gerade knapp aufgesprungen, ne? PENG! Come on, dance now! Boah, leckfeuer! Willst du mit mir dancen? Ne Fontäne! Willst du noch? Willst du mit mir? Der ist geil! Du siehst ja richtig scheiße aus! Willst du mit mir? 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 Kann der Mann nicht irgendwo hier kommen? So, was ist denn die Hand? So, was ist denn die Hand? Ich finde der Rauch schön. So, was ist denn die Hand? 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 Das war's. So we're waltig, it's long. For now, it's poor. Das war's für heute. Das war's für heute. So, hier ist nichts mehr los. Das war's für heute. 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 Das wird die letzte Folge sein. Und wegen dem ziehen wir die jetzt die Länge. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.